Hey Leute, was geht? Es ist gerade keine Ahnung, wie es los ist, also lasst uns zocken. Heute geht's endlich mal wieder weiter mit Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer. Das allererste Gameplay seit langem auf meinem Kanal. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch das, was ihr jetzt seht. Das ist jetzt ein 27 zu 9, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß jetzt nicht genau. Auf jeden Fall irgendwas über 20 mit einer KD von 285. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Das ist jetzt nicht das beste Gameplay, was ich zurzeit habe, aber mein PC. Also ehrlich gesagt, ich habe auch schon seit ungefähr circa drei Monaten nichts mehr gezockt. Also kein Multiplayer, also kein Ego-Shooter. Generell nichts. Weil ich habe eher für die Schule was gemacht, für Real Life und ja, was auch immer dazu kommt. Ich wollte nur eins sagen nochmal, ich werde Videos nur machen, wenn ich drauf Bock habe, wenn es mir Spaß macht, wenn, ja, und wenn ich Lust habe. Ich werde jetzt keine Videos machen, wenn Leute sagen, los, mach mal ein Video, ich will endlich mal wieder was von dir sehen. Also ihr könnt mich auch gerne deabonnieren, wenn ihr das nicht haben wollt, dass ich, wenn ich jetzt nicht jeden Tag ein Video hochbringen werde. Ich werde aber versuchen, jetzt die nächste Zeit wieder ein paar Videos hochzubringen. Das ist leider ein schlechter Start in dieses Jahr, muss ich ehrlich sagen, für mich. Aber ich kann leider nichts dafür. YouTube ist ein kleines Hobby von mir, das werde ich auch nicht immer durchführen. Also kann ich auch nicht immer durchführen, weil ich immer nur noch eine 1K-Leitung habe bei mir. Und das heißt, kein schnelles Internet, weil es leider nur eine 1K-Leitung ist. Weil wenn es auch ein schnelleres Internet wäre, dann hätte ich vielleicht auch, ähm, mehr Gameplays oben oder auch mehr, ähm, Livestreams. Dann würde ich auch einen Livestream, aber nein, leider nur eine 1K-Leitung. Ich werde auch demnächst bei einem Freund so ein bisschen sein, so bei dem zocken, bei Gameplays machen. Weil der hat jetzt einen, äh, PC, also ausgeliehen vom Freund. Drei Bildschirme, der hat eine 50K-Leitung. Und ja, da mache ich mal so ein paar kleine Commentaries together und so. Also, das wird auch dann, glaube ich, mehr durchgesetzt. Da werde ich auch mehr Videos, äh, zur Zeit dann hochbringen, wenn ich's kann. Dann werde ich auch mehr Kacke bauen, wenn ich kann, ne, ist ja klar. Dann heißt es auch mehr Call of Duty Black Ops 2. Ich werde auch, wenn ihr euch jetzt fragt, ich werde kein Ghosts Let's Playen. Also, was heißt Let's Playen? Let's Playen werde ich schon die Kampagne manchmal, ja. Aber ich werde kein Ghosts Online, also Multiplayer, werde ich nicht kommentieren. Er sagt, keine Gameplays machen, weil Ghosts generell scheiße ist. Muss ich ehrlich sagen. Jeder gute, äh, gesagt, relativ gute oder richtig gute weiß, äh, PC-Gamer weiß, dass Call of Duty Ghosts der letzte Shit ist. Deswegen zocken auch zur Zeit nur die guten, ähm, Gamer, also Ego-Shooter-Spieler, Spieler, ne, jetzt auf Deutsch. Zocken nur Black Ops 2. Weil, die wissen, Black Ops 2 ist gut, ist ein, da gibt's einen sehr hohen Suchtfaktor, ja. Besser als bei, äh, 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 mir fällt der gerade nicht ein, Ghosts, ja. So scheiße ist der Name schon, mir fällt der nicht ein. Von, das war jetzt die Behinder zur Stelle. Ich war kurz vor Orbi. Kurz vor Orbi und dann, was passiert? Jetzt kommt's. Was passiert? Es kommt einer von hinten. Ich bin in dem Zeitpunkt sowas von ausgerastet. Es kam einer von hinten mal wieder. Ich war kurz vor Orbi. Ah, Mann, Alter. Das, ich dachte so, jetzt so, jetzt krieg ich meinen ersten Orbi seit langem wieder hin. Aber nein, war wohl nix. In dem Gameplay hab ich leider auch keine hohen Highstreaks gehabt. Also, es heißt, kein Orbi und kein Honestoff, wie man da sieht, womit ich da rumgelaufen bin. Ich hab nur die Drohne die ganze Zeit gekriegt. Es tut mir auch leid, dass es kein besseres Gameplay geworden ist, aber, naja, was soll's. Hauptsache, ein bisschen, ich sieht zwar noch die Leiste da unten, ich kann sie jetzt auch noch kurz wegmachen. Ich hab jetzt keine Lust. Nein. Äh, ähm, F4. So, wir sehen auch jetzt schon zur Zeit, da hatte ich keine Internet-Lags, hab ich 11 zu 2. Eine KD von 6, ne? Also 12 zu 2. Das wird sich leider auch nicht lange halten, weil mittendrin wieder mal wegen meinem scheiß Internet ein paar Lags zwischendurch kamen und ich deswegen gestorben bin. Und ja, naja, egal. Hauptsache, ich hoffe, euch gefällt dieses Gameplay, da hatte ich mir aber scheiß Aiming. Ich werde auch demnächst, also mehr Commentaries machen. Ich werde auch versuchen, so viel wie möglich hinzukriegen, so viel wie möglich hochzuladen und so oft wie möglich Videos zu machen, ne? Was soll ich jetzt noch dazu sagen, dass ich nur, dass ich jetzt versuche, ein paar mehr Videos zu machen? Jetzt hab ich gerade eine Nachricht. Hab ich gerade eine Nachricht gekriegt? Ja, also, hm, das ist jetzt meine Frage, was ich jetzt alles sagen soll. Genau, wenn ich ja versuche, mehr Commentaries zu machen, jetzt würde ich euch bitten darum, dass ihr mir ein paar Themen schreibt, die ich zum Beispiel verwenden könnte für meine Commentaries, was für Themen ich da ansprechen sollte. Wie ich schon immer gesagt habe, also, mir ist es egal, ich kann alles mögliche ansprechen, was ihr wollt. Und ja, dann würde ich dann sagen, schaut euch das Video bis zum Ende rein. Also, guckt euch das Video bis zum Ende an und dann, ciao von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal und, ja, tschüss. Oh, ja, tschüss. Ja, tschüss. Diese Schmerzen sind euer Geld.